Ah fuck Ignorier ihn, ignorier ihn Geh auf den Stern der deinen Namen trägt SAMO Wir machen den jetzt, der hat sein Leben verdient Der hat sein Leben, meine Presse That's heavy dude Oh Oh ich hab's für zuvor aufgefressen Wir haben einen Style-Punkt Acht Minuten haben wir gebraucht Knotenpunkte einnehmen Energiesammler Energiesammler Oh Die Energiesamenzelle Alter Geh nicht aufs so runter Skorpion Stimmt, Skorpion hochlemmen Poing Poing Hold up, hold up Warte, nicht töten Ich brauch in 40 Sekunden 25 Kills Was für sowas Ich, ich, ich chill da Blank 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 Ich glaub wir sind aber nicht zu viel Warte, ich, ich triggere neue, ok? Komm sicher neu Komm neu Komm neu Ne, komm Das ist enttäuschend Das ist enttäuschend Oh doch Warte hat die Ja Ich weiß nicht wie ich ihn treffe Tue ich nicht Aua Ich muss ihn töten Ja Was ist los? Du nicht so cool, während du fast gestorben bist What the fuck Ne, ne, ich sag gerechnet Haha Quick Maths Fuck Ich bin Da war noch einer Wie lang falle ich, holy shit Mami, Mami, danke auch für den ja Okay, noch einmal Eins Zwei Okay, das war's Heiter geht's Samuele Garibaldi Kannst du doch nicht so rein weglaufen Gut, du schaffst das Ich wolle mehr Gegner Komm raus, kommt raus Mehr raus Jo Snipen Sie erwischen mich aber nicht Scheiße Hier ist noch einer, Demian Ich komm nicht auf die Zeit Okay, die kannst du snipen Yeee Ich mach den, äh, links Komm Oh Komm 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 Was, was Geschickter Kampf Geschickter Kampf Geschickter Kampf Geschickter Kampf Oh no What? Wo bist du? Rock Lobster Wo bist du? Wo bist du? Oh Leute, kann man einfach runter Ich bin aber ein paar Alten Bisschen besser Ähhhh Ja Ehre Wahrscheinlich der schnellste Weg Alter, wie du fällst und drehst Ehre Rollen 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 What? Äh, ja Hallo Da Danke M'lady Wah Wah Ah Ah Hey Mach hinne Aua Okay Hab hinne gemacht Alter Der Tyred wie er dich angeguckt hat, wenn du wieder aufgestanden bist von den Toten Ja, wieder aufgestanden Das hab ich grad gedacht, weil ich wieder aufgestanden bin Während du es so dich versteckst Standbild F Von mir drehst du dich Wir haben Standbild Oh Gott Komm, hör auf, hör auf, komm Easy Easy Ja Holen vielleicht die Leben die da sind Eins und zwei Welches Leben, ich hab gar kein Leben Ja doch Das ist ne fette Schiene, wie so funktioniert die überhaupt Samu Ja, ja, sorry, 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 sorry Wo bist du ? G-Gomenasai Saaamo Komm, komm Ich würde dir gerne sagen, dass es nicht deine schuld ist, aber Du hättest überlebt Scheiss Ist das so Ja denn ich hab mich grad umgebracht, h ist der time hat da drauf Komm, rasch bill das ist hier die frage der sequisten was machst du ist mitten im kampf und du hast es noch ausgebildes weg aus der hand ich bin auf der schiene dann kann es passieren es macht ich hab gesagt du bist da du bist da überlebt mir fällt es wie er umfliegt und danach explodiert einer gang so ein gestimmt gangsterpistolen ich wollte ein bisschen zeit auf dem er hat gesagt das war knapp Noncifar Sniper Oh, da ist noch einer Ich hasse es, dass man sich während dem Ziel... Warte, ist das die richtige Richtung? Ja AHHHHH Wie? Was machst du, Samu? Rushing Du machst mir einen Rush Ich bin fast runtergefahren Alle beide mega low Oh ja, das Leben hat mir gebraucht Samu! No, 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 no Wo bist du hin? Ich bin down Wo bist du hin? Ich bin down Ja, ich bin schon ein Supergott, oder? Ich hab dir Laubnis mit Aua! Ich hab dir Laub... Er hat mir nen Schwanz geschossen Ich hab dir Laubnis mit dir Zeit zu Verbringen Zeit zu Verbringen Kugeln hacken Sch- Oh, well Well... So, welche Richtung gehst du? So, welche Richtung gehst du? Ehh 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 Ich hatte gut, ich hatte nur einen HP Achso Aua Ich mach weiter, ich mach weiter Lenk ihn ab Er ist down Ich bin erstaun, dass der golde Kalle noch am Leben mit Releitung Der Lambert hat ein echtes Talent, der für seinen stäfenden Feld zu der Fairness Well, who know there? Das wäre eine Enttäuschung Ähm, ähm, hallo? Renan? Ja, da war ein Schiff, das mich angegriffen hat Aaaaah Ja, die Ketten setzen vielleicht Du brauchst Fuß voll Dann bleib ich stehen Ich kann nur entscheiden zwischen stehen bleiben Du kannst aber da runter, du kannst auch dafür sorgen Wofür sorgen? Dass ich ihn nicht, ähh Ähh, ähh, ähh Sonst geh mal repair'n Ich geh schnell repair'n Ah, stimmt Ups, so weit oben So Zack, 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 zack Die Augen folge ich überhaupt Montana wie Keine Ahnung Ich verstehe nicht Du hast nur Gronkh folgen Was ist los mit dir? Ich folge aber Dionygon Die beste Twitch-Channel der Welt Ja, du musst auch Gronkh folgen Alter, hast du schon mal von diesem einen Twitch-Kanal gehört? Da hieß irgendwas wie Dionegon oder sowas Oder Diarrhea? Dionygon oder sowas Dionegon oder sowas Keine Ahnung Ich hab gehört, die machen eigentlich ziemlich geilen Shit Ähh, ich höre zwischen Ich höre, ich hab gehört, dass sie sogar Minecraft spielen Und Fortnite gestreamt haben Und Ratchet oft streamen in und wieder Einmal Und Und die sind voll lustig Die erste Lüge Wir streamen Sie streamen sehr regelmäßig Wenn sie wollen Demian, ich warte halt immer noch auf den Zeitplan Weil das Problem ist Dass ich, ich mach nicht Denk, ha, heute stream ich Irgendwas muss mich halt dran erinnern Weil ich hab eigentlich schon hart drauf Das Problem ist halt eben, dass ich mich dann erinnere Hast du hart Bock drauf? Ich hab immer hart Bock drauf Das motiviert mich sehr Dann machen wir, äh, nach der Aufnahme einen Plan, okay? Mit den anderen Ich werde hier gerade gewohnt Ich weiß, das Problem ist, dass ich wenig damage mache Ich bin aber noch gesprungen, das ist schön Hey, ich bin gesprungen, ich darf nicht sterben Aua Nein, ich mein, damit ist es wie so Von springen ausgeführt Weil ich schon bin Na, auch die Reihe Samo, dann haben wir's Das ist so die langweiligste Mission überhaupt Ich find's recht so, ne? Ich find's langweilig Nur wenn du im Hintergrund Instagram offen hast Hab ich nicht Ich wollte raten, schade Ich bin einer Bisher bleibst du steh Ja, wie ich hacken kann Du kannst dich auch bewegen, nur an dessen Nee, dann muss ich ja von der Testatur weg Keine Sorge, ich unterstütz dich Du schaffst das, das ist das Warum wippen wir so in einem Takt? Ja, wir twerken Track, 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 Track Aber war es so, dass es halt niemand bemerkt, ja, no? Ah! Mhm 107 zu 1 Einen hast du aus der Szenen gekillt, oder was? Er ist durch einen Hackerstrahl gegangen und zotradiiert Den Generator verteidigen Ah, lol, das ist ne Verteidigungsmission, das hab ich nie gecheckt Ich dachte einfach alles töten Lol Samo, wir müssen verteidigen Oh nee, son Oh nee Oh nee On the summer On the champ Warte, ich muss mir einen neuen Knopf machen Verteidiger währenddessen Du, weiter Hattest du überhaupt ne Lebensleiste, oder kannst du überhaupt kaputt werden? Ich glaub nicht Ich glaub, wir können eher kaputt werden Ich hab auch so'n Gefühl, dass wir... Ich glaube, wir können eher kaputt werden Kriegsdamage Wir werden nur von innen kaputt durch die Leute, die mich kaputt machen Bitte jetzt irgendwo... Eins, zwei, drei ...Pseudor, die bespillt und so, you know? Ja, ja Wenn so jemanden, der trauig alleine auf ner Bank sitzt In schwarz-weiß Mit Regen Mit Regen Hey, wir werden die perfekten 14-jährigen Mädchen Wir sind doch 14-jährige Mädchen Stimmt, stimmt, genau, klar Hast uns vergessen Das ist unser Roleplane Ratchet & Crank 14-jährige Mädchen Ich spiel' Ratchet & Crank, ich glaub' das auch Das ist das weiblichste Spiel, das es gibt Alter, ich find' Ratchet & Crank halt Nicht wirklich mündlich Na, der ist schon neutral, ich mach's He, ich mag's Das ist im Grund halt Ab 3 freigegeben, was ich nicht verstehe Es ist nicht ab 6 Nein, ab 3 Ab 3 Ich glaub' im Deutsch war in 6 In Europa, also im Peggy ist Tut mir leid, du musst mir einen Unterschied erklären zwischen EU und Deutschland Du hast dir in Deutschland nochmal eine eigene Richtlinie Wodurch zum Beispiel Langweiler, das war'n Joke Du freut, ich bin down Du hast mich erschrofft What? Dort ist die 25 Leben Well, excuse me Gomen Asai Gomen Asai Gomen Asai Ich hab' auch ein 2 Schuss für mich Ciao Wer ist unten gestorben? Hi Warte Ach, da sind die, die sind schon da Ich hab' ein HP Was ging mir auf mich schon umbringen? Ich spiel' mich schon um Viel Spaß dabei Denk an mich Mua Das macht's nicht besser, dem Herrn Das macht's echt nicht besser Wenn du sagst, wenn's ich immer dunkel und denk an mich Bist du gerade aus runterge- Nein Bist du gerade aus runtergestürmt, oder was? Du Nussbaum, Mario Ich Nussbaum, du bist gestürmt, du bist runtergestürmt Ah, noch Nein Nein Okay Ist so dumm Aua Flieg' runter, Wechsel Oh, danke Ich sollte vielleicht auch wieder ein bisschen aufrechnen Was? Ich sollte vielleicht ein bisschen aufrechnen Was? Das jetzt halt Was? Stimmt aber Ich muss auch ein wenig aufrechnen Das jetzt mal das Gesicht Ja, ich bin gestorben Er hat mich durch die Durch den Scheißboden gefällt Ja Jetzt wartet ihr hier So, hm Was jetzt? Haaa Snipe Easy Den schaffst du nicht zu snipen Den schaffst du nicht zu snipen Snipe Den Oh, guß Gott Heu ja du Heu ja du Alles klar Warte, Monique Ich krieg halt Ich krieg halt mehr Munition aus gegen andere Ich hab vielleicht Level 10 bei der Jäger Minenwerfer Jäger Minenwerfer Jäger Minenwerfer Und bin bald V9 mit äh Skorpion Jäger Minenwerfer Jäger Minenwerfer Jäger Minenwerfer Ich bin ein bisschen dort Was willst du ein bisschen auszusetzen? Also Jäger Minenwerfer Jäger Wir sollten schleunigst von solchen Aussagen abstimmen Ja Warum? Ich glaubst du jemand nimmt das ernst? Ja Oh Aua Was ist das Problem? Alter ich hab ihn noch gesniped Ich bin Jesus Christ Jesus Christ Es ist Jesus Christ Ich sollte vielleicht weggehen Jesus Christ Es ist Jesus Christ Na? Na du nur du? Wie X ist gleich X Achtung Achtung Algebra Aua 55 auf 18 mit einem Man könnte einfach wirklich sehr oft haben wir dich als Antwort hinschreiben nicht Wie bitte? Dann sag's doch Aua Wie bitte? Wenn du bei jeder Dings äh als Antwort überall X schreibst Äh Ist jemand über mir? Ja Ist Er tötet mich Ich bin tot Ich erwischte mich Wie viel Leben hast du? Was war das? Warum bist du da da unten zu sehen? Äh Steht nicht Äh Egal Ich wollte mir schon was zu trinken weil ich trockne halt halb aus Samo Ja ich weiß das haben wir das letzte Mal auch schon drin Ah wir können auf dem nächsten Planeten Ok Ich hab grad gedacht wir haben zu wenige Dreadzone Punkte um weiter zu kommen Oh mein Gott bin ich kurz erschrocken Sprich Ja ich muss eis gar trinken gehen Was ist das für ein homophoberalex Ahaha Du darfst live dabei sein hier, dann mache ich noch die gute Audio an, gut, hier oh ja das ist mein Shit das ist mein Beat, drop it alter, drop it like it's hard hard oh ne, die Bälle sind richtig, oh ne, die sind stehen geblieben die gehen hin und her, oh ne geht bitte runter, oh nein das wird nie wieder aufhören oh ne komm schon, in der Mitte irgendwo eine Plattform komm schon, es braucht zu lange hey zwei Bälle ich habe nicht schlecht über deine Hormonenspiegelung geredet finde ich gut so es gibt einen großen Unterschied zwischen Hormonenspiegel und Spiegelung aber egal und ich bin ich bin das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020